Ein Pornografie-Skandal erschüttert Südkorea. Auch an diesem Samstag gingen zehntausende Frauen in Seoul auf die Straße, um härtere Strafen für heimliche Filmer in Toiletten und Umkleidekabinen zu fordern. Die Aufnahmen der Minikameras wurden in der Vergangenheit wiederholt in Chatrooms und auf Pornoseiten veröffentlicht. Viele Frauen vermunkten ihre Gesichter, um nicht erkannt zu werden. Sie habe immer befürchtet, dass es geheime Kameras in Toiletten oder unter den Schreibtischen am Arbeitsplatz geben könnte, meint die Organisatorin. Doch nicht nur dort drohe Gefahr, sondern auch in öffentlichen Schwimmbädern, in Fitnessstudios, in Umkleidekabinen und auf der Straße. Die in Südkorea gemeldeten Verbrechen mit Spionagekameras stiegen in den vergangenen sieben Jahren sprunghaft an, von 1.000 auf mehr als 6.500 Fälle im vergangenen Jahr. Einige der Frauen, die unfreiwillig auf Pornoseiten oder in Chatrooms abgebildet wurden, nahmen sich das Leben. Andere rasierten sich aus Protest die Haare ab. Die Demonstrantinnen fordern strengere Regulierungen für den Verkauf von Spionagekameras und härtere Strafen für die Täter.